ja hallo und herzlich willkommen bei let's play assassin's creed hier ist wieder den dulak und wir zocken assassin's creed story mission es geht hier langsam zu ende mit dem spiel beziehungsweise mit der story wir müssen jetzt jammer vernichten der versteckt sich hier irgendwo vielleicht da oben in dem turm oder hier ganz genau wissen was nicht wir müssen ja auch was finden aber eins wissen wir hier sind jede menge was eliminieren das können wir hier können wir die doppelt eliminieren wir können doppelt takedown machen und dann uns dahin hin aber der würde das dann moment können wir jetzt ein trippel oder was ich versuche es mal raids und decken du aus so und da in deckung gehen so fort stehen bleib ach wo kommt der denn her fick dich der schießt der schießt auch beim fick dich der will auch schießen mein gott das wissen wir ja alles in die falsche richtung schade das ist so geil wie der einfach wieder so lästig rausgeht so jetzt haben wir alle oder lebt hier noch was ich habe so die leise vermutung da geht es irgendwie weiter das sieht so nach einem weg aus gucken ob wir hier hochkommen ich glaube schon sieht gut aus so boah da ist aber auch einiges los aber die mussten doch jetzt gegeneinander kämpfen das sieht gut aus Was ist das? Was ist das? Was ist das? ich muss mal nachladen also ich muss näher runter das wird noch ein heftiger weg glaube ich Medizin, hat er Medizin gehabt? nein, hat er keine Medizin, hat nur einen doofen Ring gehabt wieso braucht man so lange, wenn man die blindert? das ist aber echt lange ich nenne nix, Berserker Klinger ist schon mal nicht schlecht so, ich habe so die Vermutung, dass wir da hin müssen das sieht glaube ich gut aus jawoll und rein da das habe ich nicht getäumt die machen wir eben fertig hier boah, da backt der Sounderde blündern weil, klar, wir brauchen einfach jetzt Sachen vielleicht hat er eine Rauchbombe vielleicht hat er eine Berserker Klingel vielleicht hat er Medizin wir brauchen auf jeden Fall einfach Sachen die habe ich noch nie benutzt irgendwie doch habe ich benutzt ein, zwei Mal hat auch was gebracht, aber in den meisten Fällen braucht man sie doch nicht kommt man irgendwie eleganter drum herum Medizin, perfekt ja Leute das könnte vielleicht die letzte Folge sein oder die vorletzte oder die vorvorletzte wir wissen es nicht aber eins ist klar viel kommt hier nicht mehr na, wir sind ja jetzt Obermeister hier Obermeister auf das Schloss Knacking ok, was hat das jetzt gebracht ist die Frage da oben warum haben wir das jetzt geknackt Leute was hat uns das jetzt gebracht nichts entstehen wir wissen, ok, wir wissen, dass der da oben ist wir müssen also hoch und wo geht es hier hoch? da ist die Tür offen hier geht es hoch oh, wir näher an uns hör mal ich werde nervös, Freunde ich werde nervös ich weiß nicht wie euch das geht, aber halleluja ich frage ob der ganz oben war oder hier oben seltsam wo ist das denn gewesen? verdammt ich wollte eigentlich auf der Treppe wollte ich eigentlich nicht mehr kämpfen weil er das so rumgepackt hat einmal aber in der Zeit gab es doch schon drei Patches und äh da könnte man Glück haben dass der Patch vielleicht genau diesen Bug behoben hat oder das war einfach eine ungünstige Position das kann auch sein so, der hat nichts mitbekommen das ist schon mal gut tja, hier ist nichts wir sind auf die andere Seite das ist klar wieso hat der uns denn jetzt gesehen, Mann? zack so wiedersehen müssen wir jetzt hier außen lang oder was? könnte auch sein, ne? wenn alles zu ist könnte ja sein, dass das so designt ist dass man da außen lang muss da oben steht er nämlich ok, wir müssen noch höher und dann gehen wir einfach mal höher ich probiere es mal aus mal gucken, wo uns der Weg hinführt wahrscheinlich ist die Tür zu oder sowas ach, die ist schon hier zu alles klar ja, dann kommen wir nur außen rum das ist der einzige Weg und wir müssen dann irgendwie klettern oder was war? Moment, was war das? da ging es auch höher oh ok ok dann müssen wir vielleicht doch nicht außen rum das wäre sehr angenehm ähm sehr angenehm wäre das oh what? was verdammt war das? der verlorene Assassine kehrt also zurück damit rechnete ich schon seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet was? versteck dich ruhig das macht keinen Unterschied ihr seid ein gewaltiger Dorn in meinem Auge ich nehme an Robespierre war auch euer was? was? oh 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 hat der sich aus dem Staub gemacht? oder was?? was??? ne, 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 ne da muss ein Andere Weg geben ich will auf das Dach drauf Gucken, ob wir da irgendwie rüberkommen von hier oder so. Ich bin nicht gemäßigt, überaus ungemäßigt. Niemand greift hier irgendwen von hinten an. Oh, es geht ab. Die Typen sind wir schon mal los. Was hat der für krasse Fähigkeiten? Der ist wohl auch ein Helix-Benutzer, ne? Ein Helix-Hacker. Helix! Helix! Du bist so ungetrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, nein, nein. Du bist doch viel klüger als das. Nicht um... Mann! Den haben wir... Helix! Da war das Ami gereicht! Oh! Hier ging es nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Der Orden wurde korrumpiert. Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Nee. Glaub ich nicht. Er klammerte sich so besessen an die Symbole der Macht, dass er unsere Ziele aus den Augen verlor. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Hier bist du! Oh! 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 Gefangen in derselben Lü... Oh! Oh! Das ist ja gnadenlos, ey! Boah, wenn der uns einmal sieht, sind wir down! Krass! Hat der Specials drauf, ey! Einmal mit dem Säbel weggesäbeln, dann ist es vorbei mit dem Säbeln! Hui! Da müssen wir aufpassen! Dachtest du, der Tag wolle nicht kommen? Dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe, weil François das Herz hat, um ihn zu rächen? Rache also! Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut redet. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, nein, nein. Du bist doch viel klüger als das. Mir ging es doch nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Ich finde dich schon! Hallo, Attacide! Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Der Orden wurde zu selbst erfällig. Seit Jahrhunderten konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf die Insignien der Macht. Die Titel des Adels, die Hemmfert... Ja, auch noch einmal! Uff! Er klammerte sich so besessen an die Symbole der Macht. Schnell weg! Beweck dich doch! Beweck dich! Boah! Er klammerte sich so besessen an die Symbole der Macht, dass er unsere Ziele aus den Augen verlor. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht! Boah, ist sehr heftig! Wir fangen in derselben Lüge, die wir erfanden, um die Massen zu führen. Ich töte dich! Und du glaubst... Da bist du ja! Und du glaubst, dass du so etwas erreichen wirst? Im Sog der Revolution wird der Orden sich anpassen. Er zieht sich in die Schatten zurück und wir werden endlich zu den geheimen Meistern, die wir immer sein sollten. Wie kippen wir denn? Wir müssen ihn gemeinsam angreifen! Wir müssen diese sinnlose Scharade fortsetzen! Wir müssen ihn gemeinsam angreifen! Wir müssen ihn gemeinsam angreifen! Der ist Hardcore! Der macht keinen Spaß! Der verdrückt keinen Spaß, der Freund! lass uns die Geert alpha den finden! Oh! Woho! Äh! Kirschbombe, R1. Du kannst dich nicht verstehen! Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Hallo Anne brüttik! Nein! Ich bin es leid zu warten! Jetzt haben wir ihn! Jaaa! Jaaa! Oh nein. Töte ihn. Töte ihn. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Älis! 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 Älis, nein! Oh nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bravo, du hast den Schurken erschlagen. So hast du dir dieses kleine Moralspielchen zurechtgelegt, oder? Oh, ich bin nicht wirklich hier. Ich bin auch nicht wirklich dort. Im Moment verblute ich eigentlich auf dem Boden des Tempels. Aber, wie es scheint, gab uns der Vater des Verstehens etwas Zeit zum Reden. Ah, ein besonderer Favorit von mir. Ich verstand die Visionen nicht, die meinen Geist damals plagten. Große, goldene Türme, Städte, ich weiß wie Silber glänzen. Ich dachte, ich werde verrückt. Dann fand ich diesen Ort. Jacques de Molay's Gruft. Durch seine Schriften verstand ich. Und was genau? Dass ich über die Jahrhunderte mit dem Großmeister de Molay verbunden war. Dass ich auserwählt war, den Orden von Dekadenz und Korruption zu säubern, bevor er gänzlich verfaulte. Und die Welt zu reinigen und zur Wahrheit zu führen, die der Vater des Verstehens vorgesehen hatte. Das scheint gut angekommen zu sein. Propheten werden zu ihrer Zeit selten gewürdigt. Exil und Demütigung zwange mich zur Entwicklung neuer Strategien. Neue Wege zu finden, um meine Ziele erfüllen zu können. Was immer es kostet. Eine neue Ordnung kommt nie ohne Zerstörung der Alten. Und fürchten die Menschen die ungehinderte Freiheit. Ist es für mich besser? Eine Kostprobe des Chaos erinnert Sie daran, warum Sie lieber gehorchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Gedenke, der Fortschritt ist langsam, aber so unaufhaltsam wie ein Gletscher. Du hast nur das Unvermeidbare verzögert. Ein Tod kann die Flut nicht stoppen. Womöglich ist es nicht meine Hand, die die Menschheit zurück an ihren Platz führen wird. Aber irgendwer wird es tun. Denk daran, wenn du dich an sie erinnerst. Wenn du dich an, dass du hier an, wenn du dich an additions 보 sheert, ging es nur ab. Amen. Sequenz 12, Erinnerung 3 abgeschlossen. Und damit ist Elise gestorben. Die große Liebe von Arno, das letzte Familienmitglied sozusagen, die letzte Erinnerung an die Kindheit, Vater, Ziehvater, beide gestorben und jetzt Elise. Mein Gott, was für ein Schicksal. Und der zwieligte Germain ist tot. War auch irgendwie abzusehen mit Elise. Ohne Sinn und Verstand in den Kampf gerannt. So konnten wir nichts für sie tun. Das Credo der Assassinenbruderschaft lehrt uns, dass uns nichts verboten ist. Einst dachte ich, dass ich also jede Freiheit hätte und meine Ideale um jeden Preis verfolgen könnte. Nun verstehe ich. Es ist kein Freibrief. Das Credo ist eine Warnung. Ideale werden allzu schnell zu Dogmen und Dogmen werden zu Fanatismus. Keine höhere Macht wird über uns richten und kein höheres Wesen wird uns für unsere Sünden bestrafen. Am Ende können wir uns nur selbst vor unserem Verlangen schützen. Nur wir entscheiden, ob der Weg, den wir einschlagen, einen zu hohen Preis fordert. Wir halten uns selbst für Erlöser, für Rächer, für Retter. Wir führen Krieg gegen Andersdenkende und die führen Krieg gegen uns. Wir träumen davon, der Welt unseren Stempel aufzudrücken. Selbst dann, wenn wir unsere Leben in einem Konflikt geben, der in keinem Geschichtsbuch beschrieben werden wird. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, beginnt und endet mit uns selbst. Ja, später. Ja, später. Ja, später. Ja, liebe Freunde. Damit geht eine unglaublich wahnsinnig geile Serie zu Ende. Assassin's Creed Unity mit mir gezockt auf der Playstation 4. Ja, richtig, richtig, richtig geil. Und wenn wir uns nicht mehr in den Augen, die wir in den Augen nicht. Anno hat diesen Kampf gewonnen, zwei Jahrhunderte bevor er begann. Gut gemacht, Mensch. Ach, Abstergo wird die Katakomben nicht nach Germains Leiche absuchen. Die Knochen werden sicher zu beschädigt, zu verwest. Mit diesem Weisen sind wir fertig. Das war gute Arbeit, Novita. Bis wir uns wieder melden, durchsuchst du am besten weiter Annos Erinnerungen nach allem, was er noch gesehen haben könnte. Unbekannte historische Fakten, mehr DNA Probe, was immer unserer Sache liegt. Du hörst von uns, wenn wir dich brauchen. Verlass dich drauf. Jawohl, Erinnerungen von Annos suchen, das bedeutet für uns, wir haben weiterhin die offene Welt vor uns mit Schatztruhen, Relikten und Informationen, die vielleicht noch für die eine oder andere Folge sorgen wird. Und ansonsten, Leute, 45 Folgen-Story, hammergeil, ohne Ende, Cutscenes, richtig geiler Soundtrack, eine fantastisch offene Welt, wie sie besser kaum sein könnte. Das ist Assassin's Creed Unity und unterm Strich würde ich sagen, eins der geilsten Games jemals bisher und auch aus der Assassin's Creed-Reihe. Definitiv. Und ja, ein bisschen traurig natürlich, dass die Serie jetzt vorbei ist, weil es einfach riesig Spaß gemacht hat. Einfach nur geil war, immer, immer spannend blieb und keine Sekunde irgendwie langweilig wurde. Auch die Multiplayer waren gelungen und ja, die ganzen Missionen ums Café herum, auch richtig, richtig geil. Richtig coole Art, Kohle zu verdienen und ja, die Einlagen, die Gesänge, die Veränderung der Geschichte, die französische Revolution und die Köpfung des Sonnenkönigs. Historische Ereignisse, wo man da hinblickte und was für ein geiles Spiel. Hammergeil. Die Steuerung manchmal ein bisschen hakelig, nicht ganz so perfekt wie in anderen Games, aber trotzdem mehr als gut. Und ja, wir gucken natürlich nach vorne zu den nächsten Assassin's Creed Games. Es gibt ja Gerüchte, dass das nächste in London spielt, irgendwie im Mittelalter rum. Und ja, da werden wir natürlich auch dabei sein. Und ansonsten, Far Cry läuft noch, The Crew und andere Spiele. Schaut doch da mal vorbei. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt wirklich mit mir hier 45 Folgen lang durchgehalten haben. Richtig, richtig cool von euch, die auch fast unter jede Folge einen Kommentar geschrieben haben und immer einen Daumen dagelassen haben. Richtig cool, Leute. Wegen euch und für euch habe ich das hier zu Ende gemacht. Und wie gesagt, es wird noch mehr geben. Das ist ja nur ein kleiner Meilenstein dieses Kanals hier. Und es gibt nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich lasse euch jetzt noch hier mit den restlichen Credits und der Animation und vielleicht noch mit dem Soundreiter noch kommen wird. Alleine. Und wir sehen uns wieder in anderen Spielen. Ciao, ciao. Dein Duloc. Dein Duloc. Dein Duloc. Dein Duloc. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020